Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und heute habe ich was ganz Neues für euch, nein, nicht die alte Elgato Game Capture HD, ich meine, die hat vielleicht der ein oder andere schon gesehen, ich denke mal, der ein oder andere hat sie vielleicht sogar daheim die Karte, nein, es gibt eine neue, zack, diese Karte gibt es noch nicht auf der Homepage von Elgato, sprich, da müsst ihr gar nicht gucken, da seht ihr aktuell bloß einen Countdown, wo dann diese neue Karte vorgestellt wird. Ich habe das so als Preview-Modell schon bekommen vor einer Woche, eineinhalb Wochen, und habe die jetzt schon im Einsatz gehabt, deswegen werde ich euch jetzt mal was zu der neuen Karte erzählen. Machen wir die alte mal weg, legen wir die neue hin, oder vielleicht machen wir noch mal was anderes, ich lege mal die alte Karte daneben, dass man sieht, die größten Verhältnisse, und ich habe mal eine iPhone-Hülle mitgebracht, dass man sich so ungefähr für alle, die diese Karte noch nicht gesehen haben, dass sich die Leute mal ungefähr vorstellen können, wie groß denn das Ganze ist, also man sieht, der Unterschied ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, die ist ein bisschen kleiner, ungefähr so hoch wie eine iPhone-Hülle, und man könnte sich jetzt im Prinzip auch in eine Hosentasche stecken, also wenn man ein Notebook dabei hat, einfach zack, Capture Card eingesteckt hat, an einem E-Kabel mitgenommen und geht. So, aber jetzt gucken wir uns mal die eigentliche Karte an, und bevor ich hier anfange zu erzählen, natürlich erst nochmal, ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt, YouTube hat angekündigt, sie wollen demnächst auch 1080p 60fps-Videos unterstützen, oder generell 60fps-Videos unterstützen, dementsprechend kommt das neue Produkt eigentlich genau richtig, und wir sehen hier an der Stelle, was steht da drauf, HD60, und für alle, die sich ein bisschen damit beschäftigen, was es so für Video-Formate gibt, werden sich denken können, aha, das Ding kann 1080p mit 60 Hertz aufnehmen. Die alte Karte, nochmal kurz hier hinten, nochmal kurz daneben gelegt, die konnte plus 30fps. Also bei schnellen Games, wie zum Beispiel Mario Kart, oder halt, wenn man vom PC aufnimmt, was mit den Karten übrigens auch ziemlich gut funktioniert, also auf dem zweiten PC, den Gaming-PC aufnehmen, hat man hier wirklich Vorteile, das Bild einfach deutlich weicher, das Bild ist flüssiger, runder, man sieht den Unterschied zwischen 30fps und 60fps einfach. Ich kann euch in diesem Video leider kein Beispiel-Gameplay zeigen, denn es ist einfach so, auf YouTube hat man plus 30fps zur Zeit, nur ganz wenige ausgewählte Videos dürfen mit 60fps gezeigt werden, ich gehe mir nicht davon aus, dass mein Netz dazugehört, dementsprechend bringt das nichts, wenn ich euch Gameplay zeige, außer, dass ihr seht, dass es von der reinen Qualität her immer noch genauso gut aussieht, wie bei der alten Elgato-Karte. Da gibt es also auch nichts dran zu meckern, an der Qualität, die ist immer noch super. Diese Karte hat ein Feature, was meiner Meinung nach sonst kein anderer bietet, aber da kommen wir gleich dazu. Vielleicht nochmal, ich lege nochmal die alte Karte hier dabei, muss man sagen, generell, was die Serie von Elgato ausmacht, ist meiner Meinung nach, dass die Aufnahmesoftware wirklich was taugt. Ich habe schon wirklich viele Capture-Karts durch von allen möglichen Anbietern, ich hatte interne Capture-Karts, USB-3-Capture-Karts oder generell USB-Capture-Karts, alles Mögliche schon und ich muss sagen, die Aufnahmesoftware von der Elgato gefällt mir eigentlich am besten. Die hat schöne Features, dass man beispielsweise zurückspulen kann, also das heißt, wenn ich jetzt vergessen habe, Aufnahme zu drücken, kann ich bis zu einer gewissen Zeit zurückspulen und ab da nochmal rückwirkend aufnehmen, ist natürlich wirklich praktisch. Hat mir auch schon öfters mal den Arsch gerettet, als ich vergessen habe, wirklich auf Aufnahme zu klicken. Mittlerweile habe ich es teilweise sogar so gemacht, ich habe gar nicht mehr aufgenommen und wenn eine Runde gut war, habe ich einfach zurückgespult und dann aufgenommen. Also die hat wirklich gute Features drin, die stützt auch nicht ab, die funktioniert. Ich habe jetzt die neue Karte hier über eine Woche im Einsatz gehabt und auch wenn die Software noch Beta ist, gucken wir uns die Software später an, steht auch immer noch fett Beta dran, hat es funktioniert. Und bei der alten Karte genauso. Also an der Elgato-Software kann ich generell nicht meckern. Was wir auch wirklich schön an der Software gemacht haben ist, wer eine alte Elgato Game Capture HD hat, kann einfach sein Setup austauschen, 1 zu 1 mit der neuen Karte, die Software updaten und es bleibt alles erhalten. Also sprich, die Aufnahmen von der alten Karte bleiben auch in der neuen Software erhalten. Man kann einfach die Karten austauschen, Setup, man kann 1080p, 60fps dann aufnehmen und es funktioniert einfach. Also da haben sie wirklich einen guten Job geleistet und wohlgemerkt, ich kriege kein Geld für das Video oder sonst was hier. Ich finde die Karte einfach gut. Und jetzt kommen wir mal zum Eigentlichen, was diese Karte ausmacht. Ihr wisst vielleicht, ich habe einen eigenen Rechner, mit dem ich aufnehme, dass ich einfach keine Performance einbußen am zweiten Rechner habe. Und ich glaube, ich habe mir sogar mal in einem Video das Setup gezeigt oder das Setup irgendwie gemalt, dass man sich grob vorstellen kann, wie das Ganze funktioniert. Und diese Karte und mit dieser Karte haben sie meiner Meinung nach technisch was geschafft, was einfach sonst keiner auf dem Markt an Capture Cards aktuell hat. Sie haben es wirklich geschafft, 1080p mit 60fps, mit der guten Elgato-Aufnahmesoftware und das Ganze über USB 2. Also sprich, nicht über USB 3. Da gibt es ein paar Konkurrenzprodukte, die schaffen das. Die machen angeblich auch 1080p mit 60fps über USB 3 halt. Wobei ich da sagen muss, die, die ich ausprobiert habe, hat mir die Aufnahmesoftware wirklich nicht gut gefallen. Allerdings hat es Elgato geschafft, das Ganze wirklich über USB 2 zu prügeln. Ich weiß nicht, wie sie das genau gemacht haben. Ich habe ihn ja auch bei Mail gefragt, habe gesagt, wie habt ihr das hingekriegt? Hat er auch bloß gelacht und hat gemeint, ja, es war nicht einfach. Kann ich mir auch vorstellen. Dementsprechend ist natürlich auch wieder ein Encoder in der Karte drin, der dieses Bild schon, also der dieses Videosignal im Stream schon komprimiert, bevor es an den Rechner geschickt wird. Weil ansonsten kriegst du einfach kein 1080p at 60fps Video durch USB 2. Das funktioniert nicht, aber es funktioniert, so wie die es bei Elgato gemacht haben, wirklich zuverlässig. Wie gesagt, es ist mir in der Woche nicht wirklich abgekackt oder ich hatte auch keine großartigen Probleme. Mein Aufnahmerechner ist auch nicht der schnellste, muss ich an der Stelle auch nochmal dazu sagen. Das ist ein uralt Core i3, 530, glaube ich, mit 4 GB RAM. Also man sieht, das ist wirklich alt. Das ist weit davon entfernt, überhaupt noch Mittelklasse zu sein. Das ist ziemlich low, ja. Was ich gemerkt habe, ist, die neue Capture Card, also die hier, die hat ein bisschen höhere Hardware-Anforderungen als die alte. Also bei der alten konnte ich beispielsweise noch ein Flash-Video laufen lassen, nebenbei Musik hören auf dem Aufnahmerechner und dabei aufnehmen. Mittlerweile ist das Ding komplett dicht, wenn ich mit der neuen Aufnahmekarte aufnehme. Aber es funktioniert und das ist das Wichtige, denn ich denke, für viele Leute, die vielleicht ein älteres Notebook haben und das als Aufnahmerechner verwenden wollen, ist das eine super Sache, denn die Dinger haben kein USB 3. Die Dinger haben nur USB 2 und wie gesagt, wenn das auf meinem Core i3 läuft, es darf zwar sonst nichts laufen, nur die Aufnahme, aber es läuft, dann ist das für ältere Notebooks wirklich wie gemacht und vor allem mit USB 2-Unterstützung und das in Kombination hat einfach sonst keiner. Es gibt nichts auf dem Markt, zumindest nichts, was mir bekannt ist, was es tatsächlich schafft, 1080p mit 60fps aufzunehmen über USB 2 und dazu noch eine gescheite Aufnahmesoftware zu haben oder allein schon 1080p mit 60fps mit USB 2 gibt es auch so schon nicht. Da kommt noch die gute Aufnahmesoftware dabei und ich denke, wer sich jetzt überlegt, eine Capture Card zu kaufen, sollte auf jeden Fall auf die hier warten, bis sie dann auch wirklich im Handel erhältlich ist, kann nicht mal allzu lange dauern und wenn er alte hat und tatsächlich auf YouTube demnächst auch 1080p at 60 Videos machen will, kann sich ja überlegen, ob er nicht upgradet auf die neueste, das ist im Prinzip umstöpseln und es funktioniert. Also da haben sie wirklich einen guten Job gemacht. Wir gucken uns jetzt ganz kurz nochmal die Software an, denn es gibt neue Funktionen beispielsweise zum Streaming und Elgato hat es wirklich geschafft, ihre Software auch ein paar Sachen einzubauen, wo man tatsächlich auch als Streamer halbwegs glücklich werden kann, wenn man jetzt nicht die wahnsinnigen Profi-Ansprüche hat. Ich meine, wenn man jetzt wirklich die wahnsinnigen Streams produzieren will mit zig Overlays und verschiedenen Szenen und alles, okay, dann sollte man vielleicht doch noch eine andere Software einsetzen. Sie haben es übrigens auch geschafft, das Delay ein bisschen zu reduzieren. Das war eines meiner größeren Kritikpunkte an der Elgato Game Capture HD. Das war einfach so, wenn man die nicht mit der Elgato-Aufnahmesoftware verwendet hat, sondern beispielsweise mit der Open Broadcaster-Software, mit denen übrigens Elgato zusammenarbeitet, um die Probleme zu lösen beziehungsweise, dass es die halt einfach gar nicht mehr gibt, dann hatten wir immer so ein bisschen das Problem gehabt, das war ein ziemlich großer Akt, Video, Audio, Skype, Mikrofon-Input zu synken, da eben dadurch, dass da ein Encoder in der Karte drin ist, das Bild bei der alten Game Capture HD so circa 2 bis 3 Sekunden teilweise gedauert hat, bis es dann am Rechner war. Und dementsprechend musste man dann die anderen Sachen verzögern und alles. Das war nicht so einfach. Das ging, gar keine Frage. Das haben viele hingekriegt. Ich habe es ja auch hingekriegt, aber es war ein bisschen gefuddelt. Das ist bei der neuen Karte besser. Das Delay ist kürzer. Das ist bloß ungefähr noch eine Sekunde. Ist aber immer noch zu lang. Aber das macht das Einstellen in Drittanbieter-Software doch deutlich einfacher. Also für alle, die damit Probleme hatten, wie ich auch, kann ich sagen, es ist mit der neuen Karte ein bisschen einfacher geworden. Aber ein bisschen Feintuning muss sein. Aber wer wirklich den Anspruch daran hat, denke ich, solche Streams zu produzieren, dass die neue Elgato-Software nicht mehr ausreicht dafür, der sollte da auch ein bisschen Feintuning reinstecken, weil das muss einfach sein, weil man will ja auch seinen Zuschauern ein bisschen gescheite Qualität bieten, dass das alles synchron ist. Und da wird man auch eh ein bisschen Arbeit reinstecken. Das heißt, da sollte das auch nicht das Problem sein. So, ich würde sagen, jetzt gucken wir uns nochmal die Software kurz an. Wie gesagt, Gameplay gibt es nichts, weil man das einfach auf YouTube aktuell nicht gescheit unterscheiden kann, ja, ob 60 FPS oder 30. So, jetzt sind wir in der Aufnahmesoftware. Ich hoffe, mein alter Rechner schafft das mit Screen-Capture-Programm plus Elgato-Software hier am Lauf mit Vorschau noch im Screen-Capture-Programm. Mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Zumindest, wenn man sich hier die Software anguckt, alle, die es schon gesehen haben, denen wird das sehr vertraut vorkommen. Alle, die es noch nicht gesehen haben, sollten eigentlich auch sofort erkennen, wo was ist. Aufnahme, Kommentar einschalten, Stream einschalten und sowas in der Richtung. Als erstes gucken wir uns hier mal gleich an, dass man jetzt hier auch sieht, es ist 1080p mit 60 FPS. Das gab es bei der alten Karte einfach nicht. Was jetzt neu ist und wo sie sich auch wirklich Mühe gegeben haben, ist, dass man jetzt nicht mehr Zusatzsoftware wie Open Broadcaster Software braucht, weil man einfach mal einen Stream anwerfen will. Es gibt hier die Möglichkeit, Stream-Overlays einzublenden, Webcam, Logos, einzelne Bilder hinzufügen und sowas in der Richtung. Kann ich euch jetzt leider nicht komplett zeigen, denn die Software ist noch Beta, das funktioniert noch nicht so hundertprozentig. Aber ich denke mal, wenn das rauskommt, wird das auch tun. Ansonsten gibt es in der Software wirklich gar nicht so viel Neues zu berichten. Man hat immer noch die Möglichkeit, hier zurückzuspulen. Also sprich, wenn man die Software laufen lässt und dann vergessen hat, Aufnahme zu drücken, kann man das immer noch machen, das funktioniert. Und jetzt schauen wir uns vielleicht als letztes noch mal ganz kurz die Option hier an, was es gibt. Natürlich gibt es wieder alle möglichen Renderoptionen. Man kann jetzt auch tatsächlich das Video exportieren, je nachdem man aufgenommen hat, mit Gelaber dabei, mit dieser Overlay-Spur oder halt auch die anderen Kommentaren weg oder in separater Datei und sowas. Das ist, finde ich, ein großer Vorteil, weil in der alten Software war das alles immer schön in eine Audiospur reingeklatscht, was es dann echt ein bisschen schwierig gemacht hat, teilweise im Nachhinein noch zu bearbeiten. So, vielleicht um jetzt abschließend noch ein paar Worte zu sagen dazu ist, ich habe die Elgato HD60 ungefähr eine Woche oder eineinhalb Wochen jetzt im Einsatz gehabt, das heißt, ich kann jetzt hier natürlich nicht von irgendwie Langzeiterfahrungen sprechen oder großes Review machen oder sonst was, zumal die Software ist ja immer noch Beta. Ich denke mal preislich, ich kenne keinen Preis zur Karte, muss ich gleich dazu sagen, ich denke mal preislich wird sich das Ganze so bewegen, wie auch die Elgato Game Capture HD gekostet hat, also irgendwas 150 Euro so rum, 200 Euro vielleicht, man weiß es nicht genau, so in dem Dreh wird sich das wahrscheinlich bewegen, denke ich. Und ich bin der Meinung, für diese Kombination aus Features, die man hat, wirklich gute Qualität, gute Aufnahmesoftware, 1080p, 60fps über USB 2.0, was es sonst eh nirgendwo so gibt, ist der Preis wirklich in Ordnung. Und wenn ich mir eine Capture Card kaufen müsste, und das sage ich jetzt nicht, weil ich den Elgato Banner bei mir auf dem Channel habe, ich würde mir die Karte kaufen und sonst keine andere. Natürlich kann man immer nach oben hin noch was machen, ja, ich kann mir eine Blackmagic 4K Studio sonst was kaufen für 500, 600 Euro, was dann eine Karte ist zum Einbauen. Und man kann immer mehr machen, ja. Aber ich denke, die Kombination aus Features, was man hier kriegt, vor allem über USB 2.0, was es halt sonst einfach gar nicht gibt, zu dem Preis ist für mich die Elgato HD60 echt aktuell das Ding, was ich mir selbst auch kaufen würde, wenn ich sie nicht schon hier hätte. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.